Heute möchte ich euch drei Bücher vorstellen, die auf jeden Fall zu meinen Lieblingsbüchern gehören. Ich bin gespannt, wie ihr sie findet und freue mich aufs Video. Viel Spaß dabei! Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich sind Lieblingsbücher einfach Bücher, die einen fesseln, bei denen man nicht mehr aufhören kann zu lesen. Die einen süchtig machen und bei denen man irgendwie die Geschichte vor Augen hat und sich die Charaktere vorstellen kann und ja, dass einen dann wirklich emotional berührt und man Tag und Nacht durchliest. Ein Buch, bei dem das genauso war, was mich wirklich sehr berührt hat, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich habe wirklich geheult, war das Buch Tausendstrahlende Sonnen von Khaled Hosseini. Das ist eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Also eine unglaublich bewegende Geschichte. Ich kann dazu auch irgendwie nicht so viel sagen, weil ihr müsst es einfach lesen. Alles, was ich darüber jetzt sage, ist nie so gut wie das Buch selbst. Es ist also einerseits schön und andererseits total schrecklich, aber man lernt total viel. Also eigentlich die perfekte Mischung. Ein Buch, was euch auf jeden Fall sehr lange beschäftigen wird, das kann ich euch versprechen. Die Handlung spielt in Afghanistan. Die unehelich geborene Mariam wird mit 15 Jahren nach Kabul geschickt, wo sie mit dem 30 Jahre älteren Rashid verheiratet wird. Das ist ein wirklich tragisches Schicksal, eine schwierige Zeit. Man ist selbst tief betroffen und gefangen in den Gefühlen der Hauptfigur. 20 Jahre später erlebt dann Layla, ein Mädchen aus einer eher fortschrittlichen und gebildeten modernen afghanischen Familie aus der Nachbarschaft, ein ähnliches Schicksal. Auch sie hat keine Wahl. Nachdem ihre Familie bei einem Bombenangriff getötet wurde und sie erfährt, dass auch ihr Jugendfreund Tariq, den sie quasi seit gemeinsamen Kindertagen liebt, angeblich ums Leben gekommen ist, wird auch sie Rashids Zweitfrau. Die Frauen, anfänglich Konkurrentinnen, entwickeln langsam Sympathie füreinander. Die eine bekommt Kinder, die andere ist jahrelang kinderlos geblieben. Beide kämpfen sich durch ihren Alltag. Und ja, es ist eine Geschichte voller Gewalt, Demütigung über die Taliban-Herrschaft. Und man versteht die Lebensumstände dort vor Ort, gewinnt Afghanistan richtig lieb und lernt unglaublich viel über dieses fremde Land und die Menschen. Also ich habe sehr viel über Afghanistan erfahren, was ich vorher nicht wusste. Und man hat das Gefühl, man ist selbst dabei in der Atmosphäre und ja, selbst in dieser Geschichte gefangen. Krass, ja, von diesem Buch habe ich wirklich geweint. Ich habe zwei Tage durchgelesen und konnte nicht mehr aufhören, bis die Geschichte dann zu Ende war. Kennt ihr das Buch? Dann schreibt das mal in die Kommentare. Und dann würde mich noch interessieren, ob euch schon mal ein Buch zum Bein gebracht hat. Ja, ich will jetzt auch nicht immer den kompletten Inhalt der Bücher wiedergeben, sonst verrate ich einfach schon zu viel. Ein zweites Buch, das ich sehr mag, ist der Alchemist von Paolo Coelho, ein Klassiker. Ehrlich gesagt dachte ich am Anfang, oh nee, schon wieder so ein Pseudo-Selbstfindungsbuch, als Roman verpackt, in relativ einfacher Sprache geschrieben. Das wirkt zu Beginn eher langweilig, verpackt dann aber doch einige Lebensweisheiten und ist am Ende doch sehr tiefgründig. Es geht um einen andalusischen Hirten, der einen wiederkehrenden Traum hat. Er träumt, dass am Fuß der Pyramiden ein Schatz für ihn liegt. Und er macht sich auf den langen Weg, diesen Schatz zu suchen und findet ihn am Ende dann ganz woanders. Mehr verrate ich jetzt erstmal nicht. Ich finde auch, dieses Buch heilt wirklich lange nach und vermittelt wichtige Gedanken fürs Leben, hat die Botschaft, seine eigenen Träume zu verfolgen. So viel kann ich schon mal sagen. Und ich kann es wirklich sehr empfehlen, also nicht nur seinen eigenen Träumen zu folgen, sondern auch dieses Buch zu lesen. Viel Spaß damit. Ja und zuletzt habe ich noch ein, naja, männliche Zuschauer werden jetzt sagen Frauenbuch. Okay, in dem Fall würde ich sagen, es ist wirklich eher für weibliche Zuschauer. Und zwar heißt das Buch Sommerfrauen von Mary Kay Andrews. Das ist einfach ein sehr schöner Roman, den man, ja, gerade am Strand zum Beispiel super lesen kann. Spannend und unterhaltsam, toll geschrieben. Und er macht einfach gute Laune. Es geht um vier Frauen, die ein paar Wochen in einem Ferienhaus am Meer verbringen. Und jede dieser Frauen bringt eine andere Geschichte mit. Eines auf der Flucht. Einer hat ihren Mann verlassen. Die dritte hat ihren Job verloren. Und das Buch ist wirklich spannend wie ein Krimi, aber trotzdem irgendwie so sommerlich. Ja, ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Was sind eure Buchtipps und was lest ihr gerade? Schreibt gerne mal eure Tipps für die emotionalsten und spannendsten Bücher in die Kommentare. Dann können wir uns alle gegenseitig tolle Bücher empfehlen. Und ich lese auch noch mal was Neues. Krimis lese ich auch sehr gerne, aber wenn ich das noch gemacht hätte, dann wäre das Video heute, glaube ich, 30 Minuten geworden. Würde euch dazu auch noch mal ein Video interessieren, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und dann mache ich das vielleicht in einem der nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!